Ein Akku reicht aus für über 200 Tools. Kabel war gestern, Rayobi sei Dank. Akku rein, Power. Das ist der geniale Rasentrimmer von Rayobi mit automatischer Fadenverlängerung und auf Fußtritt, wenn man hier drauf tritt, wird daraus ein Kantenschneider. Wie genial ist das denn? Perfekt. Alles mit einem Akku. Untertitelung des ZDF für funk, 2017